Seit 2006 sitzt WoWi Haustechnik in Lichterfelde Ost und bietet Wohnlösungen in den Bereichen Heizung, Sanitär, Elektro sowie Klima- und Lüftungstechnik. Wir arbeiten für Großkunden wie Armani Diesel, Thyssenkrupp, Siemens, Kraft, die Charité sowie das Deutsche Herzzentrum. Ebenso kümmern wir uns um die Belange von Privatkunden und sind spezialisiert auf barrierefreien und seniorengerechten Badumbau. Neben Aus- und Umbau bieten wir Ihnen Reparaturen, Wartungen und einen verlässlichen 24-Stunden-Notdienst. Unsere erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter leisten professionelle Beratung, auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Für uns zählt nur das Resultat und das soll sicher, komfortabel, praktisch und optisch ansprechend sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017